Ganzes Verbrecher hier! Soll ich den Bullo? Aber mit dir, Andrea! Mit dir zusammen, wir drei! Achso, dann halt der Matt die Kamera auf uns! Läuft schon! So, jetzt! Aber du hast es da schon! Seid freundlich! Das ist doch das Ding! Überall! Super! Sehr schön! Okay, danke dir! Das ist prima gemacht! Das ist die Gefahr! Das ist fast in der Erde, oder was? Ja, ja, heilere! Wenn man zwei so schöne Hunde sieht, die muss man gleich mal ein bisschen besser! Du kennst das ja schon, ne? Die sind vom Bild. Sie waren schon da, wo man die Hunde rumrängt. Die kamen ja nicht im Vorfall, weil sie haben sie rausgeholt. Keine Ahnung! Das ist so schön lieb bei mir! Das ist sie! Sie hat noch die Nase! So, wenn wir hier denken, wir wachen auch! Ich weiß genau! Muss ich einfach mal! Ja, mach doch! Das sind tolle Wesen! Die sind cool! Die sind cool, ja! Ich habe sie schon begrüßt! Malerweise sind die ziemlich scheu, aber der schaut sofort, ähm, richtig dran! Da hat er, was war denn hier ehrlich! Das war doch schön! So, was hat er! Du kannst das richtig gucken! Ist ja nicht das erste Mal dazu! Danke, Feier! Danke, Feier! Oh ja, fand ich das auch sehr gerne! Ich fand das gerne! So, ich fand das gerne! Ja, ich fand das wirklich sehr gerne! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.